Ah, ja, Sommerpause, nichts zu tun, schöne Limonade, Wasser plätschern, Schiffe, das ist doch schön. Nee, schönes Vorurteil, aber so ist es dann doch nicht. Sommerpause oder präziser parlamentarische Sommerpause bedeutet, dass wir keine regelmäßigen Sitzungswochen haben. Was macht man denn dann in der Sommerpause eigentlich als Abgeordneter? Was macht die Politik? Was macht das Parlament? Im Endeffekt arbeitet man das ab, was liegen geblieben ist. Man macht Besuchstermine, man geht in den Wahlkreis, man geht im Wahlkreis in Unternehmen und man geht auch in andere Wahlkreise, in andere Landesverbände. Ich zum Beispiel werde nach Baden-Württemberg gehen. So wie jedes Mal habe ich jemanden dabei, dieses Mal ist es? Benjamin Strasser. Benjamin, du kommst woher? Aus Ravensburg vom schönen Bodensee. Also aus meinem, das muss man ja sagen, Mutterverband, Mutterverband. Mutterverband, Baden-Württemberg. Was machst du in deiner, das ist ja dann in deiner ersten Sommerpause, nur auf die faule Haut legen? Ich werde vor allem arbeiten. Ich bin im Wahlkreis unterwegs, so ganz verschiedenen Terminen von Heimatfesten. Wir haben viele Heimatfeste. Ich mache eine Sommertour durch die Region. Ich bereite ein bisschen die Arbeit hier vor. Man hat ja auch mal Zeit, ein paar intensivere Gedanken zu machen, über den Haushalt zu lesen, natürlich. Und ich mache aber auch zwei Wochen Urlaub und fliege nach Israel und mache mal keine Politik. Die nächsten Wochen sind bestimmt von Unternehmensbesuchen, Wahlkreistouren, Gesprächen mit Institutionen. Bei mir wäre das die Frage und ich hoffe, dass das klappen wird, dass ich bei der Europäischen Zentralbank, bei der Bundesbank einige Gespräche führen kann, dass ich mit Forschungsinstituten sprechen kann. Aber natürlich auch die Sommerfeste im Wahlkreis, aber auch die von Vereinen, Verbänden. Das ist nicht nur dazu da, um sich sehen zu lassen oder um irgendwelche Pflichttermine zu erfüllen, sondern es ist dazu da, um zwei wesentliche Dinge, die einen Abgrund ausmachen, mitzunehmen. Erstens zu verstehen, was Menschen und Bürger denken, zu schauen, ob man erklären kann, warum Politik was macht, aber gleichzeitig auch, um sich zu informieren, wie Dinge wirklich funktionieren, was wirklich unter der Oberfläche ist, wie wirklich dieses Land funktioniert. Naja, und dann wird der Haushalt 2019 schon vorbereitet. Das heißt, lesen, lesen, Zahlen sich angucken, vergleichen, schauen, wo es rauf und schauen, wo es runter geht. Und man kann jetzt schon erkennen, so viel kann ich jetzt schon sagen, das Lieblingswort des Finanzministers scheint weiter so zu sein. Naja, und gegen Ende der Sommerpause, wir haben Mitte September die erste Sitzungswoche wieder, gibt es natürlich vorher Klausurtagungen. Einerseits treffen sich die Fachpolitiker und bereiten vor, was kommt. Andererseits aber auch die gesamte Fraktion bei der Frage, mit welchem Programm will man eigentlich in die zweite Jahreshälfte gehen. Ja, und noch was kann man in der Sommerpause machen. Wenn man wie ich aus einer Großstadt kommt und in einer dicht besiedelten Region wie dem Rhein-Ruhr-Gebiet lebt und in einer Großstadt arbeitet, dann sehnt man sich auch mal nach Grünem. Da reicht der Tiergarten da hinten nicht aus. Urlaub werde ich nicht unbedingt in der Stadt Berlin machen, so schön sie ist, sondern den Urlaub werde ich an einem Ort machen, wo ich schon mal war. Und wo ich sein werde und mit wem ich da sein werde, vielleicht treffe ich ihn ja da, das könnt ihr hier sehen. Na ja, ein bisschen Sport könnte ich vielleicht in der Sommerpause auch mal machen, vielleicht bleibt dafür ja Zeit. Aber Rudern war lieber Hockey.